Qualifikant Yannick Maden hat das Achtelfinale beim Sandplatz-Turnier in Budapest knapp verpasst. Der 29 Jahre alte Stuttgarter unterlag in der ersten Runde Pablo Cuevas aus Uruguay nach 2 Uhr 7 Stunden 3 zu 6, 6 zu 3, 4 zu 6. Maden hat in dieser Saison, bislang nur beim Hallenturnier in Sofia ein Match auf der ATP-Tour gewonnen, in der Weltrangliste liegt er auf Platz 109. Meist gelesene Artikel Eishockey – Der dritte Sieg Adler vor Titel gewinnend Fußball-Ehre-Divise-Dushan Tadic endlich im Rampenlicht US-Sport-Enva das Panda-Projekt ist gescheitert Handball, Champions League Köln, Flensburg kassiert Heimpleite Fußball, DFB-Team ZDF verweigert Grindel Rückkehr Bachinger trippt auf Herbert am frühen Abend verlor zudem Matthias Bachinger, der zuvor zwar in der Qualifikation gescheitert war, jedoch doppeltes Glück hatte. Als Lucky Loser rückte er nicht nur ins Hauptfeld, sondern sofort ins Achtelfinale vor. Dort war allerdings gegen den formstarken Pierre-Hux Herbert Schluss, der Franzose siegte mit 7 zu 5, 6 zu 2, DRZN gratis testen und Tennis-Highlights live. Das Turnier in der ungarischen Hauptstadt ist mit 586.140 Euro dotiert. Let's block it's, why? Let's block it's, why? Musik